Nach der CeBIT bin ich also nach Hause gefahren. Meine Frau hat davon berichtet, wie aufregend doch so ein CeBIT-Besuch sein kann und dass ich dort eine Lösung gefunden habe, meine Arbeit im Prinzip im Büro zu erleichtern. Was ist das für Sie? Ich habe nicht nur die Zahlung des Beleges, sondern auch dem Steuerbüro aufgrund des Zugriffs über die DATEV auf meine kompletten Belege auch Arbeit erleichtert. Nee, gar nicht. Von der Bedienung her ist die Software eigentlich wirklich simpel hoch drei. Die größte Erleichterung an der Software ist, dass man mit wenig Aufwand mehr erreicht. Und wenn ich beim zweiten Benutzen nicht das Kennwort gleich wieder verdudelt hätte, wäre ich vom ersten Tag an sauglücklich gewesen. Nein, die Software ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wer sich unsicher ist, sollte sich vom norddeutschen Handwerk einladen lassen zur CeBIT und dort einen DATEV-Besuch organisieren und sich das noch mal anhören. Die Software ist auf jeden Fall zu empfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020